So meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo bezüglich ja dem allerersten Livestream, zumindest aus Sicht des Badeschlappen-Zockt-Kanals. Ich denke, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Gestern gab es schon den Badeschlappen-Fußball, sprich den FIFA-Livestream auf Twitch.tv. Die Links übrigens alle in der Videobeschreibung. Und heute habe ich mir gedacht, werden wir ein bisschen, ja, mit dem Zockt-Kanal on Tour gehen, sozusagen. Ich habe mir ein paar Spiele ausgedacht, die wir zocken werden, zum Beispiel Minecraft oder ein bisschen Far Cry oder ein bisschen Sims oder vielleicht auch mal SimCity und so weiter und so fort. Unter anderem noch Watch Dogs, das ich bisher noch gar nicht angezockt habe, können wir auch machen. Sprich, da gibt es viele Optionen. Ich würde sagen, ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn ihr vorbeischaut im Stream. Das Ganze wird um 18 Uhr beginnen, sprich in knapp 4 Stunden, je nachdem, wann ihr das Video seht. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vorbeiguckt. Weiß noch nicht, wie lange das Ganze gehen wird. Vielleicht so zwei Stündchen, vielleicht auch ein bisschen länger. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen, je nachdem, wie ich da Lust und Laune habe. Und von dem Sinn, äh, von dem Sinn, in dem Sinn, würde ich sagen, guckt meine Videobeschreibung vorbei. Da ist ein Link ganz, ganz oben zum Twitch-Kanal. Einfach draufklicken, am besten schon follow und dann bekommt ihr auch eine Nachricht, wenn ich ongehe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Haben wir ein Date, 18 Uhr. Schaut vorbei bei Twitch.tv slash Badeschlappen-LP. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Und wenn ihr noch Spielvorschläge habt, ab in die Kommentare. Da bin ich offen für alles. In dem Sinn, wir sehen uns heute Abend. Bis dahin. Euer Badeschlappen. Servus. Wir sehen uns heute Abend.